So, jetzt stürmt mir hoffentlich keiner mehr. Ach, ich weiß woran das wahrscheinlich wohnen könnte, weil... Ich möchte das am besten auch gehen. Aber ich muss die Bewegung ein bisschen runter stellen. Ich muss die Bewegung ein bisschen runterschrauben. Ja, auf 10. Also auf 1. Jetzt deswegen. Mach's. What the fuck? Nein, 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 nein. Das war's nicht unbedingt fucking besser. Warum? Ich dachte, vielleicht liegt's daran nur. Äh, noch mal auf Optionen. Bewegung. Ist doch auf 1. So, jetzt hab ich alles mal auf 1 gestellt. Zimmi ist da noch so schnell in WTF? Ist das jetzt irgendwie im Spüselgespräch statt, dass das so schnell läuft? Ha! Hallo, manch. Manch hätte lieber am Anfang Auge haben sollen. Ja, das ist ja auch so schnell in WTF. Oh, ich hab jetzt irgendwie Lust auf einen Nutella bekommen. Ich hab doch vergessen bei mir. Ich hab doch vergessen bei mir. Oh, was geht's so besser auf einmal? Jetzt geht's so viel besser auf einmal. Jetzt geht's so viel besser. Ähm, aha. Äh, ja, ich hab Lust. Ja, das passt schon. Ich hab ja noch. Ich zeig dir schon nachher, wenn ich mit Munch zurücklaufen muss. Oder sei. Und was mach ich da? Jawohl. Und dann komm ich noch ungeschadet zurück. Hallo? Hallo? Jetzt geh doch mal aus der Wand. Komm ich nicht so ganz ungeschadet zurück und sterbe vielleicht sogar? Oder? Hm, sterb nicht. Autsch. Dafür... Kann er nicht gegen die Wand? Bitte pack doch einen an. Ich hoffe, das heißt, ich kann so gummisch an. Aber, es ist eben so. Pack doch einen an. So. So. Ruhig safe. Ich hab vergessen den Timer neu zu starten. Uhhh, Alter, ich hab vergessen den Timer neu zu starten. Hm. Ja, weil das ist jetzt ein neuer. Weil ich einen Cut dazu gemacht habe. Weil ich einen Cut dazu gemacht habe. Weil ich einen Cut dazu gemacht habe. Ich hab's noch nicht mehr. Was ist das denn? Oh. Das besser läuft aus. Aber wenigstens ist der Mud Haken oben. Mud Haken. Und noch ein Herz. Ja. Noch ein Leben. Ähm. Das könnte ich jetzt aber noch schaffen. Vielleicht auch mit diesem Einleben. Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht auch mit diesem Einleben. Autsch. 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 Z Der Punkt hat mich. Geh mal auf. Ich will einfach noch nicht gehen. Ei ey. Bei mir alle clutch. Wir laufen weg. Haken zu tief sia. Und das will ich jetzt nicht. Dass irgendjemand mehr weg stirbt. Egal wer. Er wird außer Mud. Oder ick. Also einer von beiden kann wohl sterben. Dann kann ich ja wie Deutschland leben. Ja! Okay, ich muss mich erinnern. Ich muss einmal sterben. Dass ich nur noch ein volles Leben habe. Das heißt... Das ist ganz gut. Schau auf! Weil da kein Wiederbelebungsei ist. Ah, okay. Gott sei denn gut, dass Ape noch lebt. Weil... Ich muss nämlich mit Ape hier rein. Ähm... Und das ist ja hier. Da sind wir sogar zusammen reinkommen. Und Tab. Und die kann ich ja... schlecht hochklettern. Das ist ja die Sache. So, ich muss einmal sterben. Ape bitte. Bitte Ape! Danke! Ausnahmsweise will ich mal, dass du stirbst. Ah, nö. Ich brauche ja die nächste Person aber nicht. Nein! Das ist ja die Sache. Mach mir's nochmal! Was war's? Ich glaube, ich habe die Mannschaften aufgenommen. Ich schaue zur Ape. Ich mache nochmal... Good save! Ja, es ist gut, save immer viel. Ich mache das lieber ausgerufen können. Sonst passiert mir noch was, um mich zu reisen, was... Ich finde ein ganz gutes Stück wieder vorne spielen. Das war schon oft passiert. Nicht nur bei Outworld Madarkness, sondern auch allgemein bei Handkampfspielen. Am besten immer springen, dann sage ich mal so... Hey, nicht mal Madarkness hier abschießen! Bruder! Nein, auch nicht mich abschießen! Aber Michael könnte ja abschießen, weil ich nur genug Leben habe! So lange ich... Haben die den jetzt nicht abgeschossen? Ja, komm! Oh mein Gott! Was für pein! Ja gut, eigentlich ist es schon ein bisschen... Aber der Mensch nicht so ganz unrescht! Aber sag mal... Hat der eine da noch überlebt? Gute Frage, und komm ich auch sicher rein! Hhhhh, eyy, alter! Backchamp, ja stopp! Hallo, es ist kein Dings da machen, es ist das Eimacher. Ja, solltest du das Eimacher haben. Das hätte ich ja am besten machen, solltest du das Eimacher haben. So, habe ich folgende Idee, ich laufe erstmal rein. So. Jo sicher! Und dann so. Das ist doch besser. So, jetzt habe ich nur noch die drei. Am besten hätte ich erstmal den, weil er ist ein bisschen nah. Weil er das schon eine Kugel abbekommen hat. So, jetzt stehen der da. NEIN! Oh no! Ich habe schon irgendwas geahnt. Ich habe schon was sowas. Oh, aber mir voll... Aber ich habe schon sowas geahnt. Und nochmal von nicht ganz vorne. Äh, ich habe ja schon mal rüber. Gott sei Dank! Nein! Doch muss ich nicht hier schon abschließen! Alter! Weil ich fucking Tastatur nicht gewohnt bin! Ich kann mich so... ...duscheinander... Was läuft denn da eigentlich alles erstes ab? Das ist grau! Ich komme mit der ganzen Tasten wie ein SD durcheinander! So schnell! Also suchen! Okay! Oh! Das ist doch Express World! Oh! Mann, Mann! Oh! Yo! Alter, das... Oh Gott! Oh! 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 Vor allem, warum bin ich gerade noch normal gelaufen? Ich habe mich gerade ein bisschen verwirrt jetzt. Ich habe nur so... Da, ich würde. Okay, das Spiel ist ein bisschen... So! Du bist doch jetzt die richtigen Tasten! Danke! Dann merken wir mal, dass ich nur nicht so lange PC spiele. Und jetzt ist sie wieder... Hä? Jetzt ist er voll langsam. Hallo, ich habe noch ein bisschen... Oh, da bleibt das nicht so geglitscht. Das wäre... Ah, nein. Das wäre es komisch, wenn das nicht so gegl... geglitscht bleibt. Vielleicht könnte ich das auch denken... What the fuck? Ach, was... keine Ahnung... Quicksave, so... Ach... Dann ist es jetzt ein bisschen... ...verpackt, oder? Ja, beziehungsweise geglitscht. Nein! Okay, ich habe gerade einen Quicksave gemacht. Hm... Quicksave... Da läuft immer etwas abwändisches... ...Lade, what the fuck? Da ist gerade wieder so eine Moodle. Aber wenn ich jemanden trage, dann... ...lässt mich rein, habe ich bestimmt noch... ...doch... ...oder? Jo... Pass auf. Okay, ich merke halt, ich habe das Numberpad aktiviert. Hey? Wie habe ich denn das geschafft? Ne... ...Shift... Ah, jetzt geht es auf einmal, weil ich habe... ...ja, und nicht ganz. So, ich habe es gesehen, dass du hier geleinigt bist. Du versteckst dich nicht. Okay, davon liegt es auch nicht so wirklich. Dass ich irgendwie Caps an hatte. Bisschen nur so einfach... ...meine Transkriptur hat eigentlich so herbstes ...n Lama Paddich angemacht. Naja, das ist... ...Großbruchstaben. Und so... Okay. Vielleicht liegt es daran, dass ich so... ...langsam... ...laufe... ...ohne... ...auch wenn ich... ...keinen... ...trage. Also, falls ihr... ...was ich meine... ...ich bin... ...ja... ...schweiß einmal. Obwohl, ich bin scheiße am Erklär... ...am Erklär... ...Nein! ...nein! ... ... ... ... ... ... ... ... Nehme ich überhaupt auf? Au, okay ich nehme auf. 13 Minuten nehme ich schon auf. Okay mittlerweile geht mir das richtig auf den Sack. So richtig auf den Sack. 21,20 wird noch gleich eine Raffung gehen. Eigentlich. Aber ich bleibe hier in einem Level Hänge. Und was war das jetzt? Obwohl ja gut das ist wie Kollision hier. Hab ich heute PC wieder auf gehabt. Hab schon gerade gewundert. So viele Tassenbüten auf einmal. Ich bin das gar nicht gewohnt. Ich als Konsolen sogar. Ich bin gar nicht gewohnt so viele Tassen zu drücken. Also zum Beispiel. Ja, ich bin gar nicht gewohnt. So darf das nächste stehen. Danke an der Zeit, dass ich noch einmal sterbe. Ja. Sehr wahrscheinlich sogar. Warum kriege ich das immer etwas besser? Mach ich doch gar nicht. Lass mich einmal köllen. Danke. Was heftig ist das überlebt. Was für Waffen haben die sich gerade? Können wir uns im Feuer da sein? No problem. So. Hier. Du bleibst hier. Du machst das hier. Aber war ja gut. Es ist schon 21 Uhr fast Nachtruhe. Würde sagen. Erstmal völlig safe. Aber die restlichen Vorproduzierungen. Vorproduzierten Aufnahmen mache ich dann morgen. Direkt nach dem Feuerabend. Also sonst geht direkt nach dem Feuerabend. Und wenn noch etwas dazwischen kommt. Wie erklärt mich mein Gott. Und dann mache ich noch einen Quickload. So. Geht doch ja. Okay. So. Irgendein Grund bin ich wieder fucking langsam. Arsch langsam. Wurdexpresser an. Wurdexpresser an. So. Der letzte Modarken. Danach ist nur noch Munch. Aber der ist jetzt kein Problem. Munch. Im Ape kann man ja wiederbeleben. Also das ist jetzt kein Problem. Modark ist aber wiederum. Also zumindest mal nicht. In jedem Level kann man so wiederbeleben. Manchen schon. Aber nicht im je. In jedem Level. Das wird schon. Perfekt. Jetzt klappt so weit. So. Jetzt mach ich erstmal. Mal rufen. Danke. Gott sei Dank. So. Euch rede ich jetzt. Habe ich jetzt alle gerettet? Wo ist denn diese Tafel? 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 Oh ich wollte gerade sagen. Bitte gib mir doch eine Tafel. Keiner ist gestorben. Okay. Jetzt ist es Zeit für. Nicht für Pause. Sondern für Munch. Dazu würde ich mir gerade noch so einen. Energy Expressor manchen. Das könnte eigentlich Energy sein. Schon Expressor war ne. Wir haben es das Expressor gemacht. So. Dann losge ich schnell gerade den kleinen Munch hier rüber. Wunsch. Come on. Wär gut. Noch ein Expressor halt eben. Man kann nie sicher genug sein. Bei einem, wo ich sterben kann. stelle ich mich auch perfekt an. Aber bei diesem… ned. Na komm an. Auf die Platte! Stell dich bitte drauf! Danke. раб! Boah, jetzt muss man das Level geschafft. Jesus Christ, Alter. Was für Dummheiten. Oh, die Modaten. Oh, das wird noch in der Welt. Ja, das wird ja schon. Ja. Ja, geil. Ein Spiel wird nach der Zeit natürlich schwieriger. Wie viel gibt es hier überhaupt zu retten? Ach, du viener. Ja, hatte ich so viel aber schon noch nie gehabt. Also, nein. Also zumindest mal bis zu dem Level habe ich noch nie so viel gehabt, weil wir sind irgendwie unterwegs 1, 2 schon abhanden gekommen. Also, nein. Als ich es damals, was heißt damals, vor 3 Monaten gezockt habe oder so viel. So lange ist es ja. Kurze Zeit. Eigentlich schon eine richtig kurze Zeit. Und ja. Ja. Das... Da würde ich mal sagen, das Level... Okay, jetzt wird es ein bisschen haarig. Diese Stammesgebiete wurden von Slicks Sicherheitskräften überrannt. Nur eine einsame Mudokon Festung leistet noch Widerstand. Hilft den Mudokons die Slicks loszuwerden. Dann schafft einen Hinterdrüber zu der Slickhütte. Wie gesagt, ähm... Ja... Das... Ich glaube das Level... Ja, das hätte ich mir für vor morgen gefallen. Das ist ein großes Level. Und es ist zumindest groß aufgeteilt, aber... Hier und da einigen Sachen zu tun. Viel zu tun eigentlich. Könnte ich mal gleich sagen. Und ähm... Ja... Da würde ich sagen... So. Ach... Speichern. Nicht löschen. Löschen. Speichern. Und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Jo. Ich werde morgen weiter vorproduzieren. Wie gesagt. Diesen das. Bla 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 bla. Ähm... Wenn euch das Video gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Auch wenn es halt eigentlich eher so... Unproduktiv war. Also zumindest die jetzigen zwei Aufnahmen. Die jetzigen zwei Clips. Vollkommen unproduktiv. Wir haben nur ein Level... Ein fucking einfaches Level geschafft. Das ist eigentlich nur... Das man eigentlich nur zwei Minuten hätte machen können. Oder drei. Nein. Ich habe dafür ganze... Fast eine ganze... Stunde... So glaube ich sogar gebraucht. Jo. Fast eine Stunde. Fast. Jesus Christ. Weil ich sehe gerade auf meinem Timer, den ich nicht resettet habe. Und ich vergessen habe. Obwohl eine Dreiviertelstunde. Weil ich sehe gerade 42 Minuten... 42,5 Minuten. Weil ich habe vergessen ins Neues zu starten. Sondern... Aber ich habe ja eh direkt hinterher... Ähm... Wie ist das? Ach... Was heißt? Ach... Was heißt? Ach... Keine Ahnung. Jo. Ciao.